Ich habe mir eine Neuanschaffung geleistet und zwar von Tolkostoffe, ein Ripstop Nylon. So, das mache ich jetzt mal auf. Und zwar möchte ich mir davon eine Hängematte bauen. Bis gleich. So sieht jetzt das Ergebnis aus. Ich werde gleich mal einsteigen, aber vorher noch im kleinen Close-Up die Befestigung machen, die ja eigentlich jeder schon kennt. So, und jetzt bin ich mal durch mein Minital durch. Auf die andere Seite, da ist mein Shelter im Oberwald. Und jetzt will ich da mal einsteigen. Also bis gleich. So. 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 So.